So hallo, wir machen weiter bei Nicht-Hyrule Warriors, denn es gibt einen neuen Ninja-One, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und den wollen wir uns angucken. Also Mario Maker 2. Das Ding ist, Hyrule Warriors läuft nicht davon, den Ninja-One schon. Somit einfache Entscheidung. Wir machen wieder ein bisschen Mario Maker Videos und dann wieder Hyrule Warriors. Ich denke, das werde ich mal so ein bisschen abwechseln. Da guck mal, Mario kann auch nach dem Hyrule Schwert greifen. So, 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 so gehört sich das. Okay, wir gucken mal rein, was der Ninja-One. Ich weiß nur, dass es einen gibt. Ich habe noch nichts von ihm gesehen. Absolut gar nichts. Ich weiß nur, dass es einen gibt. Aufgrund der Tatsache, dass halt wieder Leute Videos darüber machen. So, Level aus aller Welt. Und dann dürfte ich auch die Nachricht bekommen, dass ein neuer Ninja-One da ist. Exakt. Feuer frei für die Kanonen-Box. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wieder viele Möglichkeiten bedeuten. Drei Tage verbleiben. Bis 16.12.3 Uhr. Schießt ihr mit Hilfe einer Kanonen-Box die Bahn frei und Sammler auf dem Weg zum Ziel. Rosa schreibt man Klein-Nintendo, auch wenn der Name Rosa Münzen sein soll. Das liest sich wahnsinnig komisch so. Das Abfeuern einer Kugel verlangsamt Mario, also schieß nicht zu wild um dich. Hier kommt es auf gutes Timing und die richtige Auswahl der Zielobjekte an. Auweia. Das klingt nicht spaßig. Das klingt nach, wir gucken rein, versuchen einigermaßen gute Zeit zu erreichen und machen unsere Liste weiter. Genau danach klingt das. Äh, okay. Vor allem kann ich die ganze Zeit voll... Oh, boi. Äh, also ich will da. Und dann will ich da. Ne, da komme ich ja gar nicht. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nutzen können wegen Cooper Shell. Also vier Stück sind's. Ähm. Okay. 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 Alter, ich checke überhaupt nix. Ah, da ist eine. Nein! 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 Hilfe! Jetzt muss ich nochmal komplett zurück, oder was? Oh, nee. Das war nicht so gut. Oh, Gott. Ich will das hier überhaupt nicht in schnell spielen. Oh, nee. Ach, das ist... Oh, nee. Spielen wir doch Hyrule Warriors. Nein, gut. Ich hätte mir auch einfach den Weg bauen können. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber uff. Okay, da brauche ich die... Okay. Jo, und da ist dann das Ziel. Was ist da denn die schnellste Zeit? Da bin ich jetzt aber brutal gespannt, wie schnell man dadurch kann. Wie schnell kommen schnelle Leute dadurch? Das kann doch nicht unter 30 Sekunden gehen, zum Beispiel. Das geht doch nicht. Okay, also, okay, 30 ist schon eine krasse Zeit. Ja, gut. Dann ist zumindest die Einschätzung einigermaßen okay gewesen. Aber die meisten kriegen das in 50 Sekunden hin. Ich meine, wenn ich weiß, wo die wichtigen Münzen sind, so dann... Ah, nee. Jetzt habe ich wieder Blödsinn und Blödsinn gemacht. Da hätte ich die Shell durchschicken können. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wo die wichtigen Münzen sind, so dann ist das ja eine andere Geschichte. Ach, jetzt sind wir ja schon hier. Das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja gar nicht so weit. Oh, mein Gott, was tue ich? Das ist ja gar nicht so weit. Ich bin so eine Nuss. Ja, dann gibt es ja eigentlich gar keine wirklich schne... Oh! Dann gibt es ja eigentlich gar keine wirklich schnelle Route oder doch? Fragezeichen. Nein, das wollte ich nicht. Aber wenn ich die dann da losschicke, die Shell, würde ich da Zeit sparen. So ein bisschen zumindest. Mit viel, aber ein bisschen. Ich gehe halt nicht im Weg, du Viech, ey. Ach so. Jetzt sind wir ja schon am Ziel, ne? Ich verstehe gar nicht, warum man den Quatsch da aufschießen sollte. Na gut, haben wir auch knapp die 50 geschafft. Ach, hier kann ich, okay. Ich sehe, ich sehe, was ich machen kann. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ein oder zweimal gehen wir noch durch. Aber ich habe jetzt nicht viel Motivation, hier irgendwas zu verbessern. So, so war das gedacht. Genau so. Na, dann haben wir hier... Ach so! Dann macht die Shell da Dinge kaputt. Ah, ich verstehe. Deswegen muss man da nochmal draufdrücken, weil man die Shell da durchjagt. Okay, das ergibt Sinn. Ah! So, was kann man jetzt mit dem Pau da drüben machen? Da ist irgendwie so ein Pau. Bringt es was, den da durchzujagen? Ah, nee! Ach, das löst den direkt aus, den Key. Ah, I see. Oh mein Gott! I see. Das löst den Key direkt aus, okay. Ah, da kann man schon einiges rumtricksen mit mit. Deswegen heißt es auch, man muss drauf achten, wohin man schießt. Ich würde gern unter 50 kommen, zumindest. Kriege ich das hin? Wie kommen die so schnell da durch? What the fuck? Wie kommen die so schnell da durch? Das gibt es ja nicht. Nein, ich bin dumm! Komm schon, 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 komm schon. Mach keinen Quatsch! Mach keinen... Oh, ich habe... Mann, dass er da einen Wandsprung macht. Ach, komm! Ach so, weil man unter dem Ding durchlaufen kann. Ja, moin! Ich dachte, ich muss das Ding erschießen. Muss ich gar nicht. Ha! Muss ich gar nicht erschießen, das Ding. I see. Nein! 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 Ah, Gott, ich bin blöd! Ah! Das hat wieder unnötig Zeit gekostet, aber scheinbar kommt man da auch von unten ran. Wie kommt man da von unten ran? Das scheint wieder ein bisschen schneller dann zu sein. Oh, komm, ja. 45. Ich gehe jetzt nicht hier, ich mache das jetzt nicht, ich gehe einfach so durch. So, weil wenn ich hier wieder die Dinger anschieße, dann mache ich da wieder Wandsprünge dran. Das will ich nicht. So, wir sind sub-50, das ist okay. Das reicht mir. Mehr muss ich gar nicht haben. Dann kann ich mir noch ein paar Level von euch angucken. Falls es Level von euch hier gibt. So, ist okay. 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 Das reicht mir vollkommen aus. So viel euch ist da gar nicht mehr, da ist eigentlich nur noch Sonne. Ja, da ist Sonne. Und ganz viel Frank und Sonne. Aber Frank guckt mich ja nicht. Dann spielen wir Sonne-Level. Vollkommen okay. Da haben wir einmal Joris-Mond-Level. Und wir haben... Ach, das war einmal Sonne. Okay. Ja, dann auf geht's in Joris-Mond-Level. Endlich, wir Jahre alt, hat mal wieder gebaut. 15 Sekunden. Okay. Let's go. Gegen die Zeit Boss-Kampf. Da ist der Boss. Da ist er weg. Oh, nee. Der Boss ist der Bowser. Hi, hi, hi. Ach, da ist der Mond. Ich brauche den Mond. Gib mir den Mond. Nein. Ja, tschüss. So geht's natürlich auch. Ach, verdammt. Okay, wir brauchen den Redden, den Mond. Wobei man wahrscheinlich einfach durch kann, oder? Wenn ich mir das so angucke, kann man wahrscheinlich einfach durch die Mitte... Hier geht es nicht weiter, aber darum ist das Ziel. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Bausa hat ein Loch gemacht. Oh ja, so wird das nix. Da müsste ich jetzt schon sehr gut springen, um da durchzukommen. Aber mit dem passenden Absprung-Technik-Ding. Jetzt komme ich hin. Jetzt komme ich hin. Jetzt komme ich durch. Yes! 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 Das ist der Rekord. Das ist der Rekord. Aber wir wollen einmal den Mond einsetzen. Wir wollen einmal den Mond einsetzen. Wie sich das gehört. Oh, ich habe die Röhre am Anfang gar nicht ausprobiert. Jetzt kann man die Röhre vielleicht... Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier für eine Party? Oh, hier ist richtig Party. Aua. Kann man die Röhre am Anfang... Nee, da kommt ein Pilz nur raus, oder? Nee, da kommt gar nichts raus. Kann man da rein? Oh, da kann man rein! Da kann man nicht rein. Ah, ja! Dann ist das... Oh! Oh, Moment, Moment, Moment. Jetzt komme ich da durch. Oh. Ja, ja, gut. Na, jetzt bin ich ein bisschen gefangen hier. Das hat mich hingehauen. Okay, nochmal. Aber man kann hier weiter. Ist da was versteckt, ist die Frage. Also, die Röhre kann man jedenfalls nicht. Wieder von unten, noch von oben. Oh, Moment, kann ich? Nein, aber kann ich? Nein. Okay, dann. Magic Cooper, wo bist du? Magic Cooper? Wo ist er? Kommt erst, wenn ich hier durchgehe. Ach, was? Ich brauche die Tür, dass der auftaucht. Oh, no, nicht schon wieder. Der ist genau richtig. Also, die Lücke ist genau richtig. Aber der Geist ist jetzt ungünstig. Okay, sehr gut. Na! Magic Cooper, please. Don't do this to me. Aber das ist interessant, der taucht wirklich erst auf, wenn ich hier durchgehe. Okay, okay, okay. Dann gehen wir da durch. Wie ein Rätsel. Wahrscheinlich ist es keins, aber es wirkt wie eins. Bitte kein Geist. Oh, nee. Oh, nee. Hier. Oh, oh, Gott. Ja, wenn es jetzt ein Geist ist, habe ich ein Problem. Okay. Bitte kein Geist. Yes. Kann ich da weiter? Nein. Okay, es war ein Versuch. Dann ist die Röhre fake. Hätte aber ein cooles Rätsel sein können. So, von wegen, man muss durch die Tür gehen, dass Kamek spawnt. Und so weiter. Was ist denn? Kommt denn überhaupt in die... Ah, man kommt von der Seite in die Röhre. Ah, ja. So, ich will einmal den Mond einsammeln. Oh, Mist. Pause hat mal wieder Löcher gemacht. Wow, das... Das... Das wäre ein... Oha. Ein großartiger Sprung geworden. So, Mond, komm. Komm, Mond. Nein. Ah, nein. Ich will einmal den Mond einsammeln. Dafür ist das Level da. Wir tun jetzt so, als wäre die Zielbedingungen. Sammle mindestens einen Mond ein. Oh Gott. Dann muss man hier aushalten, bis der Mond kommt. Ah, jetzt ist ein Buben aufgetaucht. Mond. Mond. Yes. Okay, wir haben den Mond eingesammelt. So. Sehr schön. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir malen jetzt noch einen Mond. Hey, wie kann ich die Farbe wechseln? Ich will die Farbe wechseln. Ah. Ach, du grüner. Okay, das wäre natürlich einfacher mit, äh... Wenn ich das am Dings machen würde, na? Aber ich mache das jetzt mit dem Gamepad. Nein. Nein. No way. No way. Auf keinen Fall. Das ist ja nicht mal eine Banane geworden. Oh Gott, das wäre so viel einfacher, wenn ich die Dings rausziehen würde. Ah, bis auf das da unten, das ist eigentlich ganz schön, finde ich. Wenn ich jetzt das da unten wieder... Nein. Wenn ich jetzt das da unten hinkriege... Ah, ja. Okay. Nein, was ist das? Ach, Mann. Ne, wir machen alles nochmal weg. Scheiß drauf. Kann ich hier... Ah, guck mal. Ne, das ist nur rückgängig. Wie kann ich das denn ganz löschen? Ach so. Okay. So, ich will einen schönen... Ich werde doch wohl mit dem Controller einen schönen Rund hinbekommen. Jetzt ist es rot! Das ist eine Banane! Ja? Nein, warum ist der denn immer so dünn? Ach, komm schon. Das ist immer eine Banane, ey. Das ist ein Hörnchen. So. Scheiße, ey. Warte, kann ich das jetzt... Oh nein, ich kann das gar nicht füllen, oder? Ich muss das ausmalen. Ne, jetzt ist das rot. Ich will, dass das gelb ist. Kann ich da drüber malen? Ja, okay. Aber jetzt muss ich das... Iiiiih, das ist ja richtig ekelhaft. Dann übermale ich jetzt hier erst das... Ach. Nein, jetzt... Wenn ich jetzt rückgängig mache, ist alles weg, oder? Ach, scheiße. Also muss ich zwischendurch mal absetzen, dass ich nur einzelne Schritte rückgängig machen kann. Kann ich da nicht ranzoomen, oder so, irgendwie? Weiß ich nicht. Oh, wow. Das ist dann für die ganz exakten. Ach, du Schande. Oh Gott. Oh Mann, ich wollte doch nur den Mond malen. Ach, das geht nicht mit Controller. Du kannst mit Controller einfach keinen Mond malen. Scheiße. Wie sieht das denn aus? Das sieht doch nicht aus, als hätte ich 32-jährigen den Mond gemalt. Was soll keiner sagen? Ich hätte mir hier nicht Mühe gegeben. Das ist jetzt mein Mond. Kriegt ihr nur nach Abschluss. Nur nach Abschluss gibt es diesen Mond. So. Er ist wunderschön. Ich möchte nichts hören. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich möchte das in meinem Gott. Bis zum nächsten Mal.